Hallo ihr Lieben! Mein Hund bewegt sich hier nicht weg. Das heißt, er liegt hier. Seht ihr das? Wartet, ich kann mal so kippen. Hier so liegt er und lässt sich von mir tuddeln und er bewegt sich gerade keinen Meter weg und ich versuche die Kamera wieder hinzustellen. Und deswegen lassen wir ihn jetzt einfach mal hier so liegen und ich streiche ihn einfach noch ein bisschen und ihr lasst euch davon einfach nicht stören. Heute soll es noch meine Neuerscheinungen vom September geben. Ich bin etwas spät dran, aber ich habe irgendwie mich mit meinen Videos total verhatscht und verrechnet und dann habe ich überlegt, was ich online stellen könnte und vergessen, dass ich noch einen Lesemonat drehen müsste und naja, ihr kennt das ja. Ich bin immer etwas verpeilt und verplant, deswegen kommen heute auf jeden Fall erstmal noch die Neuerscheinungen für den September und das sind einige. Es sind aber sehr, sehr viele Fortsetzungen und nicht sehr, sehr viele eigenständige oder erste Bänder, deswegen habe ich da nicht so viel zu erzählen da dazu, aber wir legen jetzt erstmal los, bevor ich mich jetzt hier wieder total ins Schwafeln verquatsche und so. So, naja. Ich wünsche euch wie immer auf jeden Fall viel Spaß. Ich kann mich hier durch meinen Hund nicht stören. Ich hoffe, er fängt jetzt nicht an, sich irgendwas abzulecken. Dann schneide ich das raus. Alter, das ist immer etwas nervig. Naja, auf jeden Fall fangen wir mit den Büchern an, die ich euch zeigen möchte. Und das erste Buch ist das neue Buch von Mona Kasten, Coldworth City. Dieses Buch erscheint am 1. September. Und das ist eine Superheldengeschichte. Also es ist Urban Fantasy und ich lese euch mal hier vor, worum es in diesem Buch geht. Und ich habe eine WhatsApp bekommen und noch eine WhatsApp von Annika. Hallo Annika, falls du das siehst, ich habe deine WhatsApp bekommen. Ich werde dir gleich antworten, wenn ich fertig bin, mitdrehen. Und zwar geht es in Coldworth City um folgendes. Vor drei Jahren täuschte Raven ihren Tod vor, um der skrupellosen Forschungsorganisation AID zu entkommen. Seitdem ist sie auf der Flucht, denn Raven ist eine Mutantin, die über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt und AID würde alles tun, um sie wieder in ihre Gewalt zu bringen. Seit ihrer Flucht lebt Raven unerkannt in Coldworth City, bis der verschlossene Wade auftaucht und ihr anbietet, sie im Umgang mit ihren Fähigkeiten zu unterrichten. Damit ist die Zeit des Versteckens vorüber, denn schon bald sehen sich Raven und Wade einer Verschwörung gegenüber, die nicht nur das Ende der Mutanten bedeuten, sondern auch die ganze Welt ins Chaos stürzen kann. Und ich finde, das klingt einfach nach einer ganz, ganz tollen Geschichte und ich mag so Mutanten-Superheldengeschichten total gerne lesen. Und ich bin ja auch ein großer Fan von Marvel und diesen ganzen Superheldengeschichten und Comics und freue mich auf jeden Fall auf das Buch und bin gespannt, was Coldworth City für uns bereithält. Dann habe ich noch zwei Bücher, die am 1. September erscheinen und zwar ist das einmal Die Magie der Lüge. Das ist der zweite Teil zur Magie der Namen. Da das, wie gesagt, eine Fortsetzung ist, kann ich zum Inhalt hier nichts weiter sagen. Dann erscheint noch am 1. September Spinnenfalle. Das ist der achte Teil der Elemental Assassin-Reihe von Jennifer Estep. Und da freue ich mich schon drauf, obwohl ich den 5., 6., 7. erst mal lesen müsste. Ich bereue es irgendwie ein bisschen, diese Reihe angefangen zu haben, denn im Englischen sind es, glaube ich, schon 18 Bände oder so, die da jetzt erschienen sind. Und puh, naja. Ich werde irgendwann mal weiterlesen. Band 5 und 6 habe ich hier auf jeden Fall rumstehen. Die musste ich echt irgendwie mal mitlesen, dass ich da mal weiterkomme. Dann habe ich mir noch ein Buch aufgeschrieben, was am 2. September erscheint und zwar ist das Die Herbstprinzessin von der lieben Niki P. Kiso. Ich durfte diese Bücher schon vorab wieder mitlesen. Da ich euch aber nicht spoilern möchte, lese ich euch hier mal ganz kurz vor, was so der Inhalt sagt, worum es in diesem Buch geht. In der idyllischen Kleinstadt führt Hannah ein beschauliches und normales Leben, bis ein schreckliches Ereignis alle ihre Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft zunächte macht. Nur das Angebot einer mysteriösen Frau, die sich als Erdmutter vorstellt, könnte Hannah ihr altes Leben wiedergeben. Doch will die junge Frau wirklich zu einer der Jahreszeiten ausgebildet werden, um fortan in Gaias Diensten zu stehen? Eine Entscheidung, die Hannahs Leben für immer verändern wird. Und ich fand, das klang einfach wirklich sehr, sehr gut und ich habe mich sehr gefreut, die Geschichte von Niki zu lesen. Ich habe, wie gesagt, die ersten drei Teile von Der Herbstprinzessin schon gelesen. Teil 2 und 3 kommen dann jeweils im Oktober und November mit raus. Und es ist eine ganz, ganz tolle Urban Fantasy Geschichte, wo es halt um die Natur geht. Und ich finde, Niki vermittelt uns in dieser Geschichte auch nochmal ein Gefühl für die Welt. Und man lernt auch nochmal so ein bisschen ein Stück weiter dabei, man sollte sich seiner Umwelt und seiner Natur auch bewusst sein. Und dass wir nur diese eine Welt haben und wenn wir die kaputt gemacht haben, ist das ziemlich, ziemlich schlecht. Und ich finde, dass Niki diesen Aspekt auch in der Geschichte wirklich ganz, ganz toll aufgegriffen hat. Und wer Lust auf eine Urban Fantasy Geschichte hat, in der es um die Jahreszeiten geht, um die Erde, um die Natur, der sollte sich die Herbstprinzessin auf jeden Fall mit angucken. Dann wären wir beim 11. September und da habe ich mir wieder drei Bücher aufgeschrieben, die am 11. September erscheinen. Und das erste Buch ist Im leuchtenden Sturm. Das ist der zweite Teil der Titan-Reihe, also der Götterleuchten-Reihe von Jennifer L. Armantrout. Da das hier eine Fortsetzung ist, kann ich auch zum Inhalt nicht viel sagen, aber es geht wieder um Josie und um Seth und die Titan und die Götter und den Krieg und alles geht den Bach runter und die Welt wird zerstört und die Menschheit ist in Gefahr und ich liebe diese Reihe total. Wie gesagt, Götterleuchten ist ja das Spin-off zur Dämonentochter-Reihe. Man muss jetzt die Dämonentochter nicht unbedingt gelesen haben vorher. Sollte man aber, denn man wird im ersten Teil von der Götterleuchten-Reihe komplett auf die Dämonentochter gespoilert. Also wer dann die Reihe noch lesen möchte, weiß dann quasi schon, wie das alles ausgeht. Das ist ein bisschen unglücklich, glaube ich. Aber naja gut, was wir machen, ist halt ein Spin-off. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf den zweiten Teil Im leuchtenden Sturm. Und ja, bin gespannt, wie dieses Buch wieder ist. Ich werde es auf jeden Fall lesen und werde euch dann wieder berichten, wie es mir gefallen hat. Dann kommt am 11. September noch ein Buch raus, das heißt, jetzt muss ich wieder nochmal gucken, Mustang Creek oder sowas. Also dieser Titel, ich musste erst mal lachen, ne, nach meiner Vorliebe für robuste Männer mit Oldsmiller-Hemden, da habe ich dann diesen Titel gefunden. Und ja, da ich ja momentan gerade so auf Formfeelings stehe, nach der Vermont-Reihe, habe ich mir gedacht, schreibst du dir dieses Buch mal mit auf, das klingt eigentlich ganz süß. Und zwar geht es in Mustang Creek um folgendes. Wildpferde in der Nähe einer Ranch. Für Lucinda Hale ist das die perfekte Gelegenheit, die Tiere aus der Nähe zu beobachten. Wenn bloß dieser ignorante Ranger Drake Carson nicht von ihr verlangen würde, dass die Herde möglichst schnell verschwindet. Bei jeder ihrer Begegnungen scheint die Luft zwischen Lucinda und Drake Funken zu sprühen. Und dann küsst er sie plötzlich überraschend zärtlich. Hat dieses Knistern zwischen ihnen doch noch einen anderen Grund? Unvergessliche Charaktere und ein Knistern in der Luft. Dieses Buch muss man einfach lesen. Und ich fand, das klang eigentlich wirklich nach einer ganz, ganz süßen Liebesgeschichte. Und wie gesagt, da ich gerade ja so ein Faible für robustere Männer habe, habe ich mir dieses Buch auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Dann habe ich noch ein Buch aufgeschrieben, was am 11. September erscheint, was von vielen wahrscheinlich lang erwartet wird. Und zwar der zweite Teil von Armani. Ich habe den ersten Teil noch nicht gelesen, deswegen kann ich euch auch hier zum Inhalt nicht wirklich viel sagen. Ich möchte mich da selber jetzt auch nicht spoilern. Und ja, aber nur, dass ihr es gehört habt, der zweite Teil von Armani erscheint am 11. September. Dann hätten wir ein Buch, was am 18. September erscheint. Und auf das freue ich mich auch schon. Und zwar ist das der dritte Teil der Wellington-Saga verlangen. Und in diesem Buch geht es um Antonia del Campo. Antonia ist die Halbschwester von Sebastian und Alejandro. Und ihr Vater hatte halt eine Affäre. Und Antonia ist so ein bisschen halt auch die Außenseiterin der Familie. Wird halt auch nicht so ganz akzeptiert. Und ich finde, sie ist ein sehr, sehr spannender Charakter. Man kennt sie schon aus den ersten beiden Büchern. Und ich freue mich schon sehr auf ihre Geschichte. Ich lese euch auch hier mal vor, worum es in diesem Buch genau geht. Antonia, die umwerfende und schöne, uneheliche Tochter des berühmten Carlos del Campo, war schon immer die Außenseiterin der Familie. Auch ihr großes Talent und Umgang mit Pferden haltet bislang nicht, den Respekt des del Campo-Clans zu erlangen. Als sie den charmanten Lorenzo kennenlernt, findet sie endlich die Geborgenheit, die sie schon so lange sucht. Aber Antonias Vergangenheit bedroht ihr neugewonnenes Glück. Es sagt jetzt nicht sehr, sehr viel über die Geschichte aus, aber ich freue mich schon sehr auf den dritten Teil. Denn ich mochte den ersten und zweiten Teil ja eigentlich ganz gern. Und ich fand ja die Art und Weise, wie diese Geschichten erzählt wurden, wirklich gut. Und ja, bin gespannt, was der dritte Teil der Wellington-Saga für uns bereithält. Die nächsten Bücher erscheinen alle am 25. September. Und es sind alles Fortsetzungen, weswegen ich auch hier zum Inhalt nicht wirklich irgendwas sagen kann. Das erste Buch, was ich mir auch geschrieben habe, ist der zweite Teil zu Mara Wolfs Götterfunke. Und zwar heißt der zweite Teil Hasse mich nicht. Und auf den freue ich mich schon so unglaublich. Der erste Teil war ja so schön kitschig und übertrieben und so ein richtig tolles Jugendbuch. Und ja, das hatte so ein gemeines Ende, der erste Teil, dass ich jetzt auf den zweiten ultra gespannt bin. Und ich bin gespannt, wie das mit Jazz und Robin und Caden und Apollo und Athene und Zeus und Hera und Prometheus und allen anderen weitergeht. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der zweite Teil von Götterfunke ist. Und ich werde auch hier auf jeden Fall berichten, denn ich werde ihm dieses Buch auf jeden Fall kaufen. Definitiv. Dann das zweite Buch vom 25. September ist Talon oder Talon, je nachdem, wie man das jetzt aussprechen möchte. Der vierte Teil, ich weiß gerade nicht mehr, wie der Untertitel ist. Irgendwas mit Drachen, irgendwas. Ich habe ihn vergessen. Verdammt. Ja, auf jeden Fall bin ich auf dieses Buch auch schon sehr gespannt. Ich kann hier zum Inhalt nichts sagen, sonst spoil ich euch komplett. Das Ende vom dritten Teil und das geht gar nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie diese Geschichte weitergeht. Denn das Ende vom dritten Teil war wirklich richtig, richtig fies. Und ich habe sehr gelitten am Ende. Und habe gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass das so rausgeht. Ich möchte nicht, dass das so rausgeht. Deswegen bin ich jetzt auf jeden Fall mal gespannt, was der vierte Teil für uns bereithält. Und freue mich da schon sehr drauf. Und ja, bin gespannt. Und die letzte Fortsetzung, die am 25. September erscheint, ist der zweite Teil zum Schwarzen Thron von Kendra Blake. Nee, heißt die Autorin, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht recht irre. Ihr seht ja das Cover hier eingeblendet. Und ja, ich habe dieses Buch selber nicht gelesen. Aber ich weiß, dass es viele Leute da draußen gab, die dieses Buch gelesen haben und toll fanden. Und deswegen habe ich mir gedacht, informiere ich euch mal, dass der zweite Teil am 25. September erscheint. So, jetzt ist mir kurz vor knapp noch der Akku abgeschmiert. Und ich musste den Akku wechseln. Ich war gerade dabei zu sagen, dass am 29. September noch zwei Bücher rauskommen, die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar ist das erste Buch, was am 29. September erscheint, was ich auf jeden Fall haben möchte, ein weiterer Teil der Gestaltmantlereihe, und zwar Wilde Umarmungen. Dieses Buch ist allerdings kein richtiger Teil der Gestaltmantlereihe. Denn der letzte Teil, der letzte Schwur, war ja quasi der Abschluss der ersten Staffel von der Gestaltmantlereihe. Wir verlassen jetzt das Rudel quasi um die Snowdancerwölfe und um die Leoparden, um die Dark River Leoparden und wenden uns einer neuen Gruppierung zu. Und Wilde Umarmungen ist jetzt quasi ein Teil, wo noch vier Kurzgeschichten drin stehen. Und der neue Teil jetzt beschäftigt sich, glaube ich, nochmal mit den alten Rudeln. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil man kann es aus der Inhaltsangabe nicht ganz rauslesen. Es steht halt nur drin, dass es sich hier um vier Kurzgeschichten handelt, die nochmal zur ersten Staffel, glaube ich, gehören. Und dann nächstes Jahr im Januar kommt der erste Teil der neuen Staffel. Und da freue ich mich schon so unglaublich drauf. Denn das Buch, was im nächsten Jahr erscheint, im Januar, da geht es um Silver Merchant. Und Silver ist die Assistentin von Caleb Krejcik. Und man kennt sie halt schon aus den anderen Büchern. Und sie war halt immer so eine typische Mediale. Und ich, ach, ich brauche mich schon so auf die Geschichte von ihr. Und ja, jetzt haben wir aber erstmal wilde Umarmungen, wie gesagt, und diese vier Kurzgeschichten zur Gestaltmantlereihe. Und da freue ich mich auch schon sehr. Die möchte ich auf jeden Fall lesen. Und ja, da freue ich mich schon drauf, wenn das Ende September erscheint. Und das letzte Buch, was ich mir für dieses Video rausgesucht habe, ist der dritte Teil der Vermont-Reihe. Also True North. Ich weiß gerade gar nicht, wie ist denn der Untertitel von dem dritten Band. Irgendwie bis in alle Ewigkeit oder so. Was heißt der dritte Teil? Also ja, hier geht es auf jeden Fall um Zack. Und Zack ist ein Farmarbeiter bei den Chiplays. Und man kennt ihn halt schon aus den ersten beiden Teilen. Und er ist so ein bisschen so ein ruhiger, stiller Typ. Zack ist in einer Sekte aufgewachsen. Ist dann mit 16 Jahren, glaube ich, aus dieser Sekte abgehauen, ohne irgendwas zu haben und zu besitzen. Und am Ende bei den Chiplays gelandet, die ihn dann aufgenommen haben, quasi in ihre Mitte. Und ja, in dem dritten Teil geht es um Zack. Und ich lese euch mal vor, was genau hier passiert. Lark Wainwright hat Schreckliches erlebt. Um Abstand zu bekommen, verbringt sie den Sommer auf der Farm der Familie Chiplay. Doch ihre Albträume begleiten sie bis nach Vermont. Ihr einziger Halt ist Farmarbeiter Zack. Völlig abgeschottet von der Außenwelt aufgewachsen, fühlt sich der schüchterne Bio-Farmer auch nach vier Jahren auf dem Hof nicht wirklich angekommen. Jeder Tag ist eine Herausforderung. Zu vieles ist neu für ihn, was für andere ganz normal ist. Und als Lark und Zack sich in einer Sommernacht näher kommen als geplant, spüren sie augenblicklich, dass sie ihre Vergangenheit nur gemeinsam hinter sich lassen können. Und ich finde, das klingt so toll. Und ja, wie gesagt, Zack ist halt ein sehr, sehr stiller Charakter gewesen in den ersten beiden Teilen. Und ich freue mich schon sehr auf seine Geschichte. Und wie gesagt, die ersten beiden Teile waren ja so unglaublich gut. Und der Schreibtzi war gut. Und die Beschreibung war gut. Und die Handlung war gut. Die Charaktere waren toll. Und ja, deswegen freue ich mich jetzt sehr auf den dritten Teil der Vermont-Reihe. Und werde mir diesen auf jeden Fall gleich holen Ende September. Und werde euch dann natürlich auch wieder berichten. Mir, mir gefallen. Das waren meine Neuerscheinungen vom September. Es waren insgesamt zwölf Stück an der Zahl. Der Oktober wird genauso zahlreich wie der September. Oh je. Das heißt, Sub steigt und steigt und steigt. Denn ich habe einige Bücher, die ich auf jeden Fall hier haben möchte. Ich möchte auf jeden Fall Cold War City lesen. Ich möchte dann auf jeden Fall den achten Teil der Elemental Assassin-Reihe lesen. Im leuchtenden Sturm werde ich auf jeden Fall lesen von Jennifer L. Amontrol. Den dritten Teil der Wellington Saga möchte ich auf jeden Fall lesen. Den zweiten Teil von Götterfunke möchte ich auf jeden Fall lesen. Den vierten Teil von Talon möchte ich auf jeden Fall lesen. True North und Wilde Umarmung muss ich auch auf jeden Fall lesen. Also es sind einige Bücher, die im September erscheinen. Ich auf jeden Fall lesen möchte, die ich auch lesen muss, um meine Reihen natürlich auch voll zu kriegen. Und ich freue mich schon auf jedes einzelne dieser Bücher. Wenn ihr noch Bücher kennt, die im September erscheinen, dann schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Ich bin ja nicht perfekt. Mir entgehen ja natürlich auch immer einige. Und ja, was sagt ihr zu den Büchern, die im September erscheinen? Gibt es Reihen, die ihr noch vollkriegen müsst? Wo jetzt Fortsetzungen kommen? Oder wollt ihr vielleicht neue Reihen anfangen? Wie immer alles gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken. Und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.